Hey, hey, da sind wir wieder. Oh ja, da sind wir. Überraschend, oder? Nein. Äh, ja, letztes Level, Space Station. Ich glaube, wir werden hart gefickt werden. Ich hoffe aber mal nicht. Oh, wir kriegen nicht meinen Text dazu. Awesome. Ich muss nicht übersetzen. Yeah. Yeah, geil. Ja, und danach schauen wir uns immer noch an, was das Spiel sonst noch so bietet. Ich werde mal die Challenges ein bisschen anspielen. Die Liga hat ein Multiplayer-Match oder so. Mal gucken. Ja, Noob. So ist das hier, wenn der Soundschmieder asynchron wird, weil der Emulator nicht flüssig läuft. So, und das Level ist kacke. Was ist das denn hier? Scheißegal. Alter. Soll ich denn die ganzen Fickviecher hier killen, ja? Ihr habt doch nur das Plasma-Gewehr. Und das ist nicht so gut. Gegen Modden. Phase 1. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, aber ich denke, Konsolen aktivieren klingt schon mal ganz gut. Sind ja noch mehr so eine Dinger. Ach, es ist ja der Raum. Okay. Lass mal Amo, da liegt noch eine Rüstung. Die lassen wir mal liegen für den Rückweg. Falls wir zurück müssen. Muss ich ja. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Gibt es nichts zum Aktivieren. Ist hier drüben was zum Aktivieren? Da haben wir doch was zum Aktivieren. Phase 2. Confirm. So, wo könnten wir denn jetzt noch eine finden? Vielleicht auf der anderen Seite, wenn wir dann nach oben gehen. Wir sind ja vorher in den anderen Weg gekommen. Schauen wir doch mal. Vielleicht überzeugen wir am explodieren. Da haben wir tatsächlich noch eine. Oh, toll. Selbstverstörung in 6 Minuten. Awesome. Mission mit Zeitlimit. Ich liebe es. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach mal hier so lang. Und bin jetzt anscheinend einmal umsonst im Kreis gelaufen. Oder wie? Hier, das ist nicht richtig. Ja, bin ich tatsächlich einmal umsonst im Kreis gelaufen. Oh, fuck. Ja, es ist ja schön, dass hier einfach mal meine Rüstung schon weg ist. Ich bin ja schon 5 Schritte gelaufen. Da ist es ja ganz normal, als die Rüstung schon kaputt ist. Äh, wo muss ich denn hin? Darunter? So. Das kann man mir ja ruhig sagen. So, fahr. 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 Äh, ja. Keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Das ist aber lieb. So, dass da eine Kanone hängt. Geht's hinten lang. Da liegt eine Rüstung. Also will ich wohl hier hin. Rüstung sind immer nett. So, was haben wir da? Okay. Environment Shoot. Ich denke, den brauche ich. Auch wenn ich mir gerade nicht sicher bin, wofür. Jetzt war da oben diese Kanone. Ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht. Okay, hier war anscheinend schon mal jemand. Da lag natürlich einfach mal eine Waffe rum. Ohne Grund. Alter, ich krieg keinen Schaden. Ist ja nicht mehr normal. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Kanone, ja gut, die ignoriere ich jetzt einfach mal. Schiffe abschießen, das ist gut. Das kann ich. Airlock. Also, dann brauchen wir hier wohl das Dingens für. Den Anzug. Was wäre sonst? Würden wir denn hier sonst sterben? Ohne das Dingens? Ich weiß es nicht. Ich vermute es einfach mal. Ja, hervorragend. Das aimt sich geil mit dem Controller. Oh, das hatte ich schon oft genug erwähnt. Ach ja, schreibt mich halt immer alle an, wenn ich aufschreibe. Den ganzen Tag ist hier Ruhe. Was frappst du dann? Schnell schreiben. Drei Minuten haben wir noch, bevor alles kaputt ist. Ja, ja, drei Minuten ist ja gut. Irgendwie passiert ja auch gar nichts. Ich dachte, ich werde angegriffen oder so, weil er in der Rüstung lag. Ohne, jetzt habe ich ihn schon wieder verpasst. Muss ich nochmal warten, oder? Ah, ist das alles eklig. Ich verbringe... Ah, nee, ich dachte schon. Ich verbringe jetzt die ganze Zeit hier draußen. Was zum Brauchen war ich nicht mehr? Ich habe noch zwei Minuten. Das ist echt knapp, der Timer, muss ich sagen. Weil ich weiß jetzt überhaupt noch nicht, wo ich hin muss. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Phase. Mach auf, mach auf. Hier haben wir irgendwo noch eine Kanone. Oder die einräumen weiter. Ich weiß es nicht mehr. Ja, da oben ist irgendwie die Kanone. Ah, überhetzt. Hört auf. Lasst mich in Ruhe. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich jetzt hier zurück muss. Wenn wir nicht sicher zu sein hier... Da war doch vorhin zu. Ja. Wenn da zu ist, dann komme ich da bestimmt nicht zurück. Dann gehe ich einfach mal hier lang. Ah, cool. Ja, ist ja gut. Lass mich in Ruhe. Oh, Minigun. Das auch, ne? Wir wissen mal, was ordentlich ist hier. Was gut reindrückt. Wo muss ich hin? Egal. Lassen wir das Ding, ne? Der Raum hier ist doch komplett nutzlos. Oder auch nicht. Ich muss da rein. Was war denn hier drin? Ah, die Steuerung, die schlingen. Ah, toll. So, jetzt stellen wir hier erstmal eine Steuerung. Das ist ja Liebspiel. Was ist jetzt hier mit dem Fahrstuhl? Ich habe doch gedrückt. Ich höre Zeugs spawnen. Ich habe keine Rüstung mehr. Da explodiert. Kacke. Alter. Ja, komm. Ist ja gut jetzt. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Geh halt jetzt auch mal runter hier. Das ist der langsamste Fahrstuhl der Welt. Was ist denn los? Das haben wir schon verkackt, Alter. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und tschüss. Alter, da muss man aber schnell sein. Na gut, machen wir das nochmal. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist immer schon ein... ... guter Start dafür. So, wir sind hier runtergegangen. Dann war hier so ein Dingens. Dann war hier drüben noch eins, oder? Ne, ich bin hier durchgegangen. Dann war auf der anderen Seite waren zwei. Ha, gucken, dass wir das schnell irgendwie wieder hinkriegen, was wir gemacht haben. Obwohl, am Anfang könnte ich mir eigentlich Zeit lassen. Aber es war ja nur eine halbe Rüstung. Dann hole ich mir hier noch die halbe. Geht gar nicht. Halbe Rüstungsdecken anscheinend nicht. Schön zu wissen. So, da haben wir noch eine Konsole. Und jetzt haben wir hier drüben die. Und dann muss ich runterlaufen und da weiter. Okay. So, rüber. Und dann muss der Fahrstuhl wegkommen. Dann muss ich direkt als erstes den Knopf beim Fahrstuhl drücken, bevor ich da die Sachen zerficke. Ich sollte sie natürlich schon zerficken und nicht daneben schießen. So, der ist auch tot. Fahrstuhl. Ja, wo bleibt er? Ach, der war schon oben. Das ist ja schön. Hat sich das ja überhaupt nicht gelohnt, was ich hier gemacht habe. So. Erst nach links. Merken wir uns da. Oder? Ich glaube, das war links, ja. Nee, das ist ja falsch. Aber die Kanone können wir schon krass machen. Ach Gott, Steuerung. Egal. Passt schon. So, der kleine Typ, der ist erstmal egal. Können wir beim Laufen noch killen. Da haben wir eine Plasma-Kanone und jetzt müssen wir wieder die Scheiße hier machen. Wir machen den abschießen gleich. Erstmal spawnt noch Zeug. Hier spawnt nichts in dem Raum, doch. Spawnt so ein kleiner. Aber fuck. Ich dachte, das war schon der letzte Raum. Habe ich mich ein bisschen verschätzt gehabt. Egal, wir kriegen ja draußen nochmal eine Rüstung. So. Haben wir sogar noch alle gekillt, das ist schön. Das hat sich einigermaßen gelohnt. Wie sieht es aus mit der Rüstung? Wir sind komplett leer. Der wird uns das hier draußen sicherlich helfen. Aber man muss auch mit dem Anzug raus. Ich erinnere mich daran, dass wenn man ohne Ranzug rausgeht, kriegt man die ganze Zeit Schaden. Das ist eigentlich auch logisch. Hier geht schon auch den Schutzanzug in den Weltraum raus. Ich jedenfalls mache das in meiner Freizeit nicht so. Na, da. Hoffentlich kriegen wir jetzt auch mal alle, die hier kommen. Dann geht das nämlich ein bisschen schneller. Dann kommt man schneller wieder rein und dann kann man auch schneller wieder abhauen. Glauben. Das sind auch ziemlich instabil, die Schiffe, muss man sagen. Ich weiß nicht, was die damit für Planeten übernehmen wollen oder was auch immer ein Timespeater so macht. Aber das ist nicht wirklich stark, was die da in den Tag bringen. Na, wo sind die letzten? Einmal müsste sie noch kommen, oder? Noch mehr. Nochmal. Ja, gib mir halt immer eins hin, ne? Hatte ich die? Ja, die Rüstung hatte ich schon. Es war nur eine halbe. Ist ja auch kacke. Das war jetzt hier wieder ein Typ. Wo sind wir? Da. Und jetzt können wir da rein, dann müssen wir gucken, wo ist die Kanone. Die Kanone war scheiße. Ich weiß nicht, wo die Kanone war in welchem Raum. Ah, da hinten ist die Kanone. Was war das denn? Warum ist hier auf einmal so ein Viech drin? Das verkacke ich wieder. Allein schon, weil ich die Kanone gerade nicht getroffen habe. So, jetzt muss ich hier aufmachen, gegen ran. Wie sich das mitdreht, sieht es ja aus. Ich habe ja auch schon. Na ja, Leben war eigentlich nicht das Problem eben. Das Problem war, dass der Fahrstuhl so lange gebraucht hat. So, jetzt musste ich hier ran. So, jetzt habe ich den Fahrstuhl berufen. Jetzt müsste man das eigentlich schaffen, wenn man das halt wäre. Beim ersten Mal wusste ich ja nicht, dass ich ihn rufen muss Gibt's hier nicht irgendwie noch ne Rüstung oder sowas? Natürlich nicht Aber ne Kanone gibt's noch, das ist ja auch awesome Weil auf die hab ich richtig viel Bock Besser Alle Oh Gott, ich bin ja fast tot Ich hab mir gedacht, dass mein Leben relativ gering ist, aber ich hab ja gar nichts mehr So, jetzt haben wir eine Minute Zeit Eben waren wir hier bei 10 Sekunden Ich hoffe, das reicht Ansonsten bin ich ein bisschen genervt Weil das Level keinen Spaß macht Das Level macht keinen Spaß, merke dir das Spiel Das Level stinkt, aber es ist das letzte im Spiel Und gewinnen wir, wenn wir da reingehen So, damit haben wir das Spiel durch War doch toll, oder? Vor allem das letzte Level Das ist... Okay, Error Error, Error, Error Wir drücken weiter Ich weiß nicht, ob das gerade mit aufgenommen wurde, aber So umgeht man einen Error im Emulator Man hält einfach Enter gedrückt, so lange müssen alle Errors wechseln Ich finde das grandios Ja, seine Freundin lässt er da Die ist ja anscheinend zerfickt worden Da ist noch ein kleiner Lappen reingekommen Was der für Granaten schmeißt, da platzt einfach mal der halbe Raum Natürlich Warum auch nicht Verstehe ich nicht, warum er noch Raketen rein schießt, wenn die Selbstzerstörung hier ist Alles, aber... Ja, spannend Was gibt es jetzt hier? Voll krasse Warp-Tunnel Das ist die Credits Oh, kommt da noch was Das sind die Credits Können wir die wegdrücken? Ja, die können wir in der Tat wegdrücken Das ist doch mal geil, oder? Weil die Credits interessieren ja eh kein Schwein Und was kriegen wir? Neues Level Streets Neues Level Compound Neuer Charakter Reapers, bitte Okay Neuer Cheat Große Köpfe Neuer Cheat Alle Charaktere unsichtbar Neuer Cheat Cardboard-Charakter Also Papier Okay Dann würde ich sagen Beende ich mal für hier den Part Und ich nehme ja im Anschluss noch einen Part auf, wo ich die anderen Gamemo Ich zeige, das heißt, ja Seid beim nächsten Mal mit dabei Wenn wir den im letzten Part von Times Square Das noch ein bisschen schauen, was das Spiel sonst noch so bietet Auch wenn ich keinen Multiplayer-Partner habe Ich zeige das mit Bots Ja, Bots sind auch cool Dann bis dahin Ich bin Riven Tschüss 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 over